Mit der SR-Laboröfenserie bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Öfen an, welche je nach Typ für kleinere oder größere Dentallabore ausgerichtet sind. Wir zeigen Ihnen in diesem Video eine kleine Übersicht zu den Unterschieden der einzelnen SR-Laboröfen und führen sie in die Benutzung der Öfen ein. Erhältlich sind die SR-Laboröfen in einer einfachen Ausführung SR-725 mit zwei Programmen und einer komplexeren Ausführung der SR-750 mit sieben Programmen. Beide Typen sind mit drei unterschiedlich großen Kammern und Heizungen verfügbar. In der Übersicht können Sie die Kammergröße und Heizungsleistung für Ihren Anwendungsbereich einfach erkennen. Alle Geräte verfügen über eine vierseitige Heizung, welche für eine gleichmäßige Erhitzung sorgt. Natürlich sind die Außenwände gut isoliert, wodurch sich die Umgebung nicht unnötig aufheizt. Auf der Rückseite sind alle Öfen für den Einsatz eines Abzugkamins oder eines Katalysators vorbereitet. Dieser kann einfach mit vier Schrauben befestigt werden und ist somit direkt einsetzbar. Katalysator oder Abzugkamin können separat bei uns bestellt werden. Dank der Mikroprozessorsteuerung lassen sich wichtige Parameter wie Temperatur bis 1100 Grad, Aufheizgeschwindigkeit und Heizdauer einstellen. Zudem ist es möglich, eine Einschaltverzögerung von bis zu 100 Stunden zu programmieren. Gegenüber dem einfacheren Modell SR-725 haben die SR-750er Modelle ein deutlich komplexeres Display, über welches man alle Einstellungen ständig überwachen kann. Der SR-750-Ofen kann bis zu 20 Programme speichern, davon 15 normale Programme mit 6 Phasen oder 5 schnelle Programme mit einer Phase. Für jede Phase können drei Variablen eingestellt werden. Temperatur, Geschwindigkeitserhöhung, Haltezeit. Zudem ist es möglich, eine Zündverzögerung und auch die Absaugtemperatur des Abzugkamins einzustellen. Am Ende jeden Zykluses kann eine endgültige Temperaturhaltezeit eingestellt werden. Dies bedeutet, dass die Temperatur gehalten wird und dem Bediener eine gewisse Zeit für die nächste Arbeit zur Verfügung steht. Natürlich haben die Öfen noch viele weitere Funktionen. Benötigen Sie hierzu weitere Informationen oder wünschen Sie ein Angebot, stehen Ihnen natürlich gerne telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Wir hoffen, Ihnen hat unser kleines Video gefallen. Verpassen Sie keine unserer neuen Videos, indem Sie unseren Kanal abonnieren. Gerne informieren wir Sie auch über unseren Reparaturservice für Hand- und Winkelstücke. Neu hierbei ist unsere Kostenbremse für viele Geräte und Hersteller, sodass teure Reparaturen der Vergangenheit angehören.